Also bei der Definition von einem VPN, also einem virtuellen privaten Netzwerk, ist es etwas schwierig, weil heutzutage, es gibt sehr viele unterschiedliche Techniken zum Thema VPN und es gibt Hersteller, die einfach um ein Produkt, das für ein VPN geeignet ist, das einfach auch dranschreiben und so bewerben. Aber VPN hat nichts damit zu tun, dass es jetzt mit Sicherheit oder Netzwerksicherheit zusammenhängt, sondern im Regelfall geht es darum, dass man ein logisches privates Netzwerk hat und man betreibt es über eine öffentliche Infrastruktur. Und auf die Frage, ist VPN sicher, was würden Sie denn sagen? Wann ist denn ein VPN sicher? Naja, dass sobald die Verschlüsselung stark genug ist, dass ich es halt nicht aufbrechen kann. Wenn die Gegenseite vertrauenswürdig ist, also ich würde überhaupt mit einem vertrauenswürdigen Server verbinden und so die VPN aufgebaut. Und die Dinge, die gehen mit uns, dann mal diese Art und die Integrität. Genau, also diese drei Aspekte kommen hier auch wieder zum Tragen. So viel zum Thema, ist VPN sicher? Ja, kann sicher sein, wenn diese drei Dinge eingehalten und geprüft werden. Also es kommt auch die Implementierung darauf an. So, jetzt gibt es noch zwei Begriffe, die im Rahmen von VPN häufig zum Einsatz kommen. Das eine ist der sogenannte VPN-Tunnel. Ich werde den VPN-Tunnel gleich nochmal genauer erläutern. Nur damit Sie schon mal wissen, es geht darum, dass man Datenpakete oder ganz allgemein Pakete in Pakete eines anderen Protokolls einkapselt. So, und dann gibt es noch den Begriff VPN-Endpunkt. Und zwar ist damit gemeint, wo der Tunnel anfängt und endet. Also so ein Tunnel kann von Ende zu Ende verlaufen, also von Host zu Host. Es wäre aber auch denkbar, dass so ein Tunnel von einem Netzwerk zu einem anderen Netzwerk reicht. Ja, das ist die Fragestellung, wo genau der Tunnel sozusagen aufgebaut und wo er endet. Ich tue da nachher nochmal ein paar Szenarien anstellen. Fangen wir mal mit dem VPN-Tunnel an. Ich kann bei meiner Nachbarin nicht abschreiben. Nee, ein paar andere haben das selbe Problem. Ich bin gerade, das ist zu schnell. Das macht aber nichts. Ich will das Thema VPN noch kurz abhaken. Ja, ich kürze ja schon, weil mir hinten raus nie die Zeit reicht. Weil es zu viel ist. Meinen Sie? Ja. Wenn ich alles das machen würde, was in der Modulbeschreibung drinsteht, bräuchte ich wahrscheinlich doppelt so viel Zeit. Wir haben ja schon 40 Seiten beschrieben. Ja. Es wäre ja auch zu einfach, wenn man dann so eine Folge, die so eine Netzwerke planen könnte oder so, weil es die Zeit zulassen würde. Ja, keine Chance. Also ich muss, ich habe jetzt im Herbst habe ich jetzt zwei Kurse. Da habe ich für das, was wir jetzt hier machen, in sieben Terminen, habe ich nur fünf. Und ich bin gerade kräftig am Streichen, ja. Und ich streiche jedes Jahr in ihrem Kurs auch schon, ja. Also es ist sehr interessant, wie ich das schaffen soll. Ich weiß es noch nicht. Mal sehen. Wie sagt der Studiengangsleiter mal zu mir, ja, ich soll so Themenschwerpunkte setzen. Ja, das Problem ist, wenn ich einen Themenschwerpunkt setze, dann hat der natürlich dann irgendwie so Themen aus einem anderen Themenschwerpunkt, ja. Und dann denke ich mir so, ich kann das nicht streichen, ich muss das ja da erklären, ja. Das ist wie beim VPN, ja. Ich muss Ihnen ja sagen, was ein Tunnel ist. Ich kann es nicht einfach weglassen, ja. Genau mit dem Endpunkt. Sie müssen verstehen, was der Endpunkt ist, sonst können Sie mit dem Thema VPN nichts anfangen. Gar nichts. Genau, dann kommen wir jetzt zum...